Willkommen in diesem imposanten Pick-up Ford Ranger XL Allrad. Wir freuen uns über Ihren Besuch bei Autos Wismann. Der Motor dieses Ranger ist Schadstoff am Euro 5 und bekommt die grüne Plakette. Dank LKW-Einstufung ist die Steuer gering. Die großen Außenspiegel sind elektrisch verstellbar und beheizt. Sie sehen hier einen Doppelkabinen-Pick-up mit vier echten Türen. Auf der Rückbank findet sich Platz für drei Personen. Zu den 16 Zoll Sommerrädern gehört auch noch ein Reservat. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die Vordersitze sind äußerst bequem, auch auf längeren Fahrten. Der Fahrersitz hat eine Lendenwirbelstütze. Fußmatten gibt es bei uns dazu. Für Ihre Sicherheit bietet dieser Ranger sieben Airbag, ABS und ESP. Darüber hinaus eine Bergabfahrkontrolle und einen Berganfahrassistenten. Die Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für bestes Wohlfühlen. Zum CD-Radio mit Lenkradbedienung gehört auch ein Augsanschluss. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten und dabei Autos filmen gucken. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem hart arbeiten Hightech-Kollegen meistern Sie die größten Herausforderungen gelassen. Praktisch, kostengünstig und souverän. Das ist Ranger. Schauen Sie doch mal vorbei und fahren Sie in Probe. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Neuwagen, Gebrauchswagen und Service. Da sind wir die Besten. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Besucht uns doch mal im Autohaus Wismar. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017